Hallo und herzlich willkommen. Wir haben vor uns stehen ein wuchtiges Gehäuse von Thermaltake, das CTE C750R und das verspricht mit einem neuen, regelrecht zentralisierten Kühlkonzept eine besonders effektive Kühlung und vor allem auch eine Unmenge an Kühlmöglichkeiten. Das CTE C750R ist ein Full Tower der 200 Euro Preisklasse, also ganz klar ein Modell aus der gehobenen Preisklasse und vor allem auch ein Gehäuse für Nutzer mit gehobenen Ambitionen. Ganz besonders werden hier die angesprochen, die eine umfangreiche Eigenbau-Wasserkühlung verbauen wollen. Wir werden dann natürlich noch zeigen, warum genau. Was wir auf jeden Fall auf den ersten Blick sehen, es ist ein schlichtes, funktionales Design. Wir haben ziemlich viele Luftschlitze und zwar nicht nur an der Front, sondern analog dann auch am Deckel und interessanterweise auch an der Rückwand. Die sind designprägend gleichzeitig. Wir haben einen Materialeinsatz, der schlicht ausfällt, Stahlgrundgerüst. Dann haben wir Kunststoff seitlich am Deckel und seitlich an der Front. Die Mesh-Elemente, Gitter-Elemente selbst sind hingegen aus Stahl wiederum. Und der Kunststoff, gerade wenn man sich das hier mal anguckt, das ist halt schlicht gelöst, wirkt jetzt nicht extrem hochwertig und für ein 200 Euro Gehäuse hätte man sich hier doch ein bisschen anderen Materialeinsatz wünschen können. Es ist ganz klar, dass hier Thermal-Take also die Funktion dann dem Design ein bisschen vorgezogen hat. So würde ich das mal umschreiben. In der Seite dann natürlich Glas fürs Glasseitenteil. Richtig großes und wuchtiges Gehäuse, das einigen Platz braucht und das dazu auch schon ein bisschen schwerer ist. Also nichts für Nutzer, die gerne mal das System dann auch mal mitnehmen wollen. Das ist ganz klar ein Gehäuse, das eher eben für einen festen Standort gedacht ist. Bleiben wir gleich mal beim Thema Staubschutz. Der wird ja mittlerweile bei einigen High-Airflow-Modellen doch etwas vernachlässigt. Einfach weil man sagt, okay, Airflow ist uns wichtiger, wir machen noch ein grobes Gitter davor, aber feinmaschige Staubfilter, die sparen wir uns, weil sie natürlich den Airflow eben auch etwas beeinträchtigen. Beim Thermal-Take-Modell ist das anders gelöst. Wir können hier erstmal die meisten Panels, also konkret den Deckel, die Front und die beiden Seitenteile werkzeuglos abziehen. Das ist schon mal sehr nutzerfreundlich. Und wir finden hier dann zum Beispiel hinter dem Deckel gleich einen großen Staubfilter, der sich auch mit einem Handgriff rausnehmen lässt. Analog das Ganze dann bei der Front gestaltet. Einmal dieses Stahlelement abgezogen, kurz zur Seite gelegt. Und dann haben wir hier mit einem Griff den Staubfilter auch wieder ab. Und genauso können wir dann die Seitenteile auch abziehen. Ich mache das hier mal kurz am Glasseitenteil. Das ist eben auch mit einem Handgriff abgebaut. Ja, dann wollen wir mal raten, wie das hier an der Rückwand gelöst ist. Natürlich auch hier ein Handgriff, das Stahlelement abgenommen. Der Staubfilter kommt in dem Fall gleich mit. Der hängt hier nämlich magnetisch dahinter. Und auch hier werden dann gleich jede Menge zusätzlicher Lüfterplätze sichtbar. Beim Stahlseitenteil auf der rechten Seite ebenfalls abgezogen. Und hier haben wir Staubfilter dann wiederum magnetisch sitzen. Und zwar zwei Stück. Einmal hier unten fürs Netzteil und dann ein für die seitlichen Lüfterplätze. Bei den Staubfiltern ist es so, dass sie sich recht schnell mal lösen. Den Netzteilstaubfilter habe ich bei Anlieferung des Gehäuses irgendwo hinter der Front gefunden und musste dann erstmal suchen, wo er überhaupt hin muss. Da hätte FirmeTec vielleicht etwas stärkere Magnete nutzen können. Beim Blick in den Innenraum des CTE C750R muss man sich erstmal etwas umorientieren. Das Layout sieht nämlich vor, dass das Mainboard praktisch um 90 Grad gedreht wird. Die Grafikkarte und weitere Erweiterungskarten sind dann sozusagen hängend ausgerichtet. Und wir haben natürlich dann entsprechend das I.O.-Panel und die Erweiterungskarten-Slotblenden nach oben orientiert und müssen dann eben da auch die Kabel anschließen. Warum das Ganze? Das ist natürlich ein Konzept, das auch andere Hersteller schon genutzt haben. Schon vor x Jahren hat Silverstone zum Beispiel Modelle angeboten mit diesem Aufbau und dann einem Vertikan-Luftstrom. Und man sagt, okay, es gibt ohnehin den natürlichen Kamin-Effekt von unten nach oben und wir setzen dann auch Lüfter rein, die das Ganze unterstützen und sorgen dann für effektive Kühlung. FirmeTec geht hier ein bisschen anders ran. Man ermöglicht nämlich eine ja regelrecht allseitige Kühlung. Wir haben Lüfterplätze hinter der Front, an der Rückwand, am Boden, am Deckel und wenn man dann die Blende für die Laufwerke wegnimmt, auch an der Seite, kann also sehr flexibel kühlen. Ab Werk ist das Kühlkonzept so ausgelegt, dass sowohl der Lüfter hinten als auch der Lüfter an der Front Luft in das Gehäuse reinsaugen, also regelrecht gegeneinander arbeiten. Der Hintergedanke ist, dass hier ohnehin die Grafikkarte so eine Art Trennwand darstellt und wir mit dem Rückwandlüfter natürlich dann die Grafikkarte aus der Nähe kühlen können. Der Frontlüfter, der ist hingegen für den CPU-Bereich zuständig und wir haben dann oben einen Deckellüfter montiert, ebenfalls im 140er Format, der die erwärmte Luft dann nach oben rausbefördern soll. Kleine Einschränkung jetzt hier beim Testsystem, sichtbar. Man braucht natürlich einen Prozessorkühler, der dann möglichst auch zu diesem Luftstrom passt. Die Orientierung hier ist jetzt nicht ganz optimal, weil wir nicht im Luftstrom des Frontlüfters sind, aber wir können ja zumindest den Luftstrom sozusagen nach oben mitnehmen. Und dann wird man natürlich dann sehen, wie sich das dann bei den Messungen auswirken muss. In der Theorie also erstmal ein spannendes Kühlkonzept, das massiv abweicht von dem, was sonst zu Usus ist und vor allem ein Konzept, das sich sehr flexibel erweitern lässt und zwar nicht nur durch Lüfter, sondern auch durch Radiatoren. Besonders beachtlich ist die Unterstützung für die weit verbreiteten 360 mm Radiatoren. Wir haben für ein solches Modell hier gleich vier verschiedene Montageoptionen. Wir können den 360er hinter die Front setzen. Wir können ihn am Boden montieren. Er lässt sich einfach an die Rückwand montieren. Das ist natürlich eine absolute Besonderheit, 360 mm Radiatorenplatz hinten zu haben. Und wir haben auch noch die Option, eben nach Ausbau dieser seitlichen Laufwerksblende den Radiator hier seitlich unterzubringen. Dann ist er natürlich mit RGB-Lüftern besonders gut sichtbar. Unterm Deckel ist dann die einzige Stelle, an der der 360er nicht Platz finden würde. Da sind die Erweiterungskarten im Weg. Aber hier findet bei Bedarf immer noch ein 240er Platz. Insgesamt also fünf Radiatorenplätze. Die großen Radiatorenplätze sind übrigens auch für 420er geeignet. Aber mit der Einschränkung, dass Firme-Tek-Your-Mind, okay, das gilt nur für die 420er Radiatoren von All-in-One-Kühlungen, müsste man unter Umständen dann schauen, ob vielleicht auch der eine oder andere Eigenbau-Radiator noch passt. Aber bei 360ern sind wir auf jeden Fall extrem großzügig aufgestellt. Auch mit viel Luft an den meisten Radiatorenplätzen drumherum, so dass man auch leistungsstarke Radiatoren mit großer Bauhöhe beziehungsweise zum Teil auch sicher Push-Pull-Konfiguration nutzen kann. Auch an andere Stelle wurde an Wasserkühlungsnutzer gedacht. So hat Firme-Tek hier einen L-förmigen Winkel integriert, der den Boden-Radiator bis zu einer gewissen Bauhöhe überragt. Und obendrauf die Montage einer Pumpe erlaubt beziehungsweise einer Pumpen-Ausgleichsbehälter-Kombination. Auf der Produktseite gibt Firme-Tek an, welche Modelle aus eigenem Haus hier kompatibel sind. Ob Fremdhersteller auch unterstützt sind, können wir jetzt auf die Schnelle nicht sagen. Da müsste man dann im Einzelfall sich schlau machen. Wir sehen aber, dass es eben doch zumindest einige verschiedene Bohrungen hier gibt. Auch ein weiteres Firme-Tek-Wasserkühlungsprodukt kann hier noch montiert werden. Und zwar gibt es eine Distro-Plate, die maßgeschneidert an der Seite Platz finden soll. Es ist natürlich die Frage, wie viele Nutzer die dann wirklich verbauen. Aber diese Option wird zumindestens geboten. Wir haben bei diesem Firme-Tek-Gehäuse einen Zweikammeraufbau mit der Mainboard-Kammer auf der linken Seite und der Netzteil-Kammer auf der rechten Seite. Das vertikal-orientierte Netzteil gibt dann auch vor, wie breit diese rechte Kammer ausfällt. Und wir sehen, okay, das ist doch hier alles sehr, sehr geräumig. Die Kabel kann man hier praktisch einfach reinwerfen. Wer mehr Zeit hat, kann natürlich auch die ganzen Klettverschlüsse nutzen, um die Kabel hier noch ein bisschen zu verlegen. Aber rein vom Platz her ist das nicht nötig. Das ist alles sehr, sehr großzügig. Wird regelrecht schon Platz verschwendet, wenn man ehrlich ist. Aber das ist natürlich ein Stück weit dem Aufbau geschuldet. Was die Durchführung angeht, sind wir auch ganz gut aufgestellt. Wir sehen hier eine Reihe von Gummidurchführungen für die Kabel, die sinnvoll angeordnet sind und dann in der Praxis auch dazu führen, dass wir mit diesem noch ein bisschen zentral platzierten Mainboard die Kabel auch sehr gut verlegen und anschließen können. Das ist in meiner Wahrnehmung doch sogar komfortabler als bei einem Standard-Layout. Ein auffälliger Trend der letzten Jahre ist, dass aktuelle Gehäuse immer weniger Laufwerksplätze bieten. Hängt einfach damit zusammen, dass die meisten Nutzer ohnehin M.2-SSDs direkt am Mainboard montieren und die typischen 2,5 und 3,5 Zoll Laufwerksplätze damit immer bedeutungsloser werden. Das CTE C57ER, das setzt sich hier wohlwollend ab für die Nutzer, die eben doch noch zum Beispiel viele Festplatten unterbringen wollen und bietet da doch eine ganze Reihe von Optionen. Wir können hier bis zu 7,3,5 Zoll oder sogar bis zu 12,2,5 Zoll Laufwerke montieren und das interessanterweise ganz ohne klassischen Laufwerkskäfig. Wir sehen hier erstmal einen Laufwerksträger direkt am Mainboard Tray. Der nimmt zweimal zweieinhalb Zoll oder einmal dreieinhalb Zoll auf und das ist der einzige Laufwerksplatz, der praktisch uneingeschränkt zur Verfügung ist, ohne dass man irgendwo Kompromisse machen muss. Die anderen Laufwerksplätze, die befinden sich nämlich im Bereich von Lüfterplätzen. Wir sehen das hier schön an der Seite. Da gibt es diese Blende mit Gummiringen, also auch einer gewissen Laufwerksentkopplung und hier können wir seitlich 3,3,5 Zoll oder 5,5 Zoll Laufwerke montieren, müssen aber eben auf die Lüfter- bzw. Radiatorenplätze an der Seite verzichten. Analog dazu ist auch die Bodenlüfterplände so gestaltet, dass dort Laufwerke Platz finden. Das sind dann wiederum 3,3,5 und 5,2,5 Zoll Laufwerke, also die gleiche Laufwerksanzahl wie auch hier. In Summe also nochmal 7,3,5 Zoll, 12,2,5 Zoll Laufwerke und damit eine sehr beachtliche Zahl an Laufwerksplätzen. Die Laufwerke werden immer verschraubt, eine werkzeuglose Montage ist hier also nicht vorgesehen. Die Komponenten im Innenraum sind durch das nur minimal getönte Glasseitenteil gut sichtbar, also macht das hier durchaus auch Sinn, zum Beispiel mit ARGB-Beleuchtungselementen ein bisschen zu experimentieren. Würde sich natürlich anbieten, hier auch ARGB-Lüfter zu verbauen und Firmaltex selbst bietet alternativ auch eine Variante mit vormontierten ARGB-Lüftern an. Wir haben hier eben die dezentere Version mit den unbeleuchteten Lüftern stehen. Rechte dezent finde ich übrigens auch die Lautstärke der Lüfter auf Minimaldrehzahl, das sind etwa 500 Umdrehungen pro Minute, sind die bei normalem Sitzabstand eigentlich nicht mehr wahrnehmbar. Was wir hier jetzt vor uns stehen haben, ist mal wieder ein etwas gigantomanisches Firme-Take-Gehäuse. Ein Gehäuse, das sicherlich für die typischen Nutzer von luftgekühlten Systemen oder auch von Systemen mit kleinerer All-in-One-Kühlung jetzt weniger optimal ist, einfach weil es extrem viel Platz benötigt. Wer aber einen Spielplatz für große Eigenbau-Wasserkühlung sucht, vielleicht gar mehrere Kreisläufe nutzen möchte, der ist hier gut aufgestellt, hat einfach diese extremen Nutzungsmöglichkeiten. 4 360 mm Radiatorenplätze bis zu 3 420er mit der Einschränkung, dass dann eben das möglichst All-in-One-Kühlungsradiatoren sein sollten und zusätzlich noch den kleinen 240 oben im Deckel. Also üppigste Möglichkeiten, auch ein interessantes, ungewöhnliches Layout, was optisch durchaus seine Reize hat, wie ich finde, auch von der Verkabelung her eigentlich ganz praktisch ausfällt. Dazu ganz nutzerfreundlichem Handling mit diesen abnehmbaren Panels und auch mit dem ordentlichen Staubschutz. Also durchaus einiges, was für das CTE C57R spricht. Der Preis ist mit Blick auf das gebotene nicht unangemessen. Wir hätten uns sicherlich ein etwas wertigere Material, weil hier stellenweise gewünscht und vielleicht auch ein etwas filigraneres Design. Mitunter es wirkt auch etwas wuchtig, das Ganze. Aber hier ist eben ganz klar die Funktion an erster Stelle und mit diesen Nutzungsmöglichkeiten, da kann das Firme-T-Gehäuse auf jeden Fall was bieten. Also spannendes Modell, gerade für Eigenbau-Wasserkühlungsnutzer. Wir setzen uns jetzt natürlich nochmal an den richtigen Testbericht, führen unsere ganzen Messungen durch und schauen uns das ganze Gehäuse nochmal im Detail an. Den Testbericht wird es dann in gewohnter Form auf hardwarelux.de geben.